Catch my soul, du verpisst euch und heute gibt's wieder Man of Medan Part 5. Was soll das? Ich dachte wir folgen ihm. Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Ich mach das. Okay, Doki, wie schmier's Alex? Mhm. Okay. Was gibt's hier Schönes? Wieder was zum Lesen. Was soll das mit der Kapelle? Oh großer Gott, warum muss ich mir das erzählen? Die Crew. Bereich 7c wurde für die Dauer der Überfahrt als temporäre Kapelle eingerichtet. Von der Crew wird ruhiges und respektvolles Erhalten in diesem Bereich erwartet. Gezeichnet Captain Moore Kaplan. Kopie an QMAMS. Alright. Gehen wir mal weiter. Ich denke auch mal, wir sind fast so am Ende. Nicht mehr lange. Und ähm, wir sind am Ende. Was war das? Weißt du das? Was? Ich höre nichts. Ja, das war das Schiff bestimmt. Okay, folgen wir ihm einfach mal. Gibt's da irgendwas, bevor ich weitergehe? Nö, Sackgasse. Warte mal, hier waren wir schon. Äh, ich glaube nicht. Ich schwöre's, hier waren wir schon, Alex. Hast du uns im Kreis geführt? Hat die ein Déjà-vu? Hey! Hier steht heute, gibt's Rinder-Ragout. Lecker. Es sieht so aus, als wären wir diesen Tag alles zum Stehen gekommen. Das ganze Schiff ist eingefroren. Roastbeef mit frischem Gemüse. Joa. Was hat er gesagt? Rinderfilet, oder was hat er gesagt? Hm. Dienstag, Haferflocken und Erbsen, so beeilte es Dienstag. Was ist Dienstagfilet für ein Scheißtag? Also hier sind wir in der Küche. Ob wir's. Nein. Audio leise machen, Audio leise machen. Für euch bleibt sie gleich laut, aber für mich leise machen, okay. Ich hatte sie gerade auf 80, ganz ruhig. Woosa, ganz ruhig. Da können wir was anschauen. Hier kommt selbst so eine Maus entgegen, irgendwas. War so klar, es war so klar. Es ist nichts, hier ist Dian. Es ist nichts, alles gut. Ja, nichts. Das willst du nicht wissen. Was soll das heißen? Warum sagst du's nicht? Lassen wir's lieber. Lassen wir's lieber. Sonst bekommst du noch mehr Angst, oder dann... Ne, ne, alles gut. Alles gut. Okay, was haben wir hier? Hier ist ein Topf. Ih, was ist das? Soup du jour, mademoiselle? Als ob du dich in der Küche auskennst. Baby, wenn wir zusammen wohnen, werde ich dein ganz persönlicher Chef kochen. Okay. Da ist ein Bilderrahmen. Oh shit, okay. Okay, ich predikte, es ist... Es ist... Ähm... 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 Alex, wäre es so obvious. Ich sage, es ist... Ich hab den Namen vergessen. Äh... Ähm... Fliss. Ne. Doch, Fliss. Genau. Ich sage, es ist Fliss. Weil sie gefangen genommen worden ist, oder? Oh nein. Okay. Ihr müsst wissen, dass ich gerade wieder nach einer Woche Pause spiele. Davor wurden da alles vorproduziert. Okay, hier, neu. Schauen wir nochmal. Okay, irgendein Geist. Okay. Was? Was? Irgendetwas ist mitten uns hier drin. Hast du... Ich mein... Hast du nichts gehört? Ganz ruhig. Ich hab irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Weiß ich zu sagen, wahrscheinlich nur Ratten. Besorgt. Seien wir besorgt. Ratten. Wahrscheinlich nur Ratten. Mehr war's nicht. Jetzt lach mich bloß nicht aus. Okay, gehen wir weiter. Ich hab selber nichts gesehen. Keine Ahnung, was ihr gesehen habt. Wir laufen hier im Kreis. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Okay. Nein. Da machen wir nicht mit. Was? Oh, das ist das am Anfang. Scheißkapellen. Nicht mein Ding, weißt du. Es gibt keine Geist. Es ist krass. Verständnisvoll. Ja, ich will, dass die Erde zusammenhalten und sich gegenseitig lieben. Deswegen mach ich jetzt einfach mal verständnisvoll. Es ist krass. Hast recht. Es ist eklig und krass. Wir müssen ganz schnell hier raus. Okay, gut. Können wir dann die Fliege machen? Oh, ich hab kein gutes Gefühl. Kein... Ähm... Ich will die Teile nicht anschauen. Okay, dann wollen wir mal. Let's go. Springen wir's entgegen? Okay, nur Skelette. Ist das ein Mensch? Das war sowieso schon locker. Ist das ein Mensch? Guck mal. Das ist verrückt. Ist das ein Mensch? Also, war das mal ein Mensch? Ne, es war ein Dinosaurier. Was zur Hölle ist hier los? Okay, weg hier. Sofort. Weg, weg, weg. Ich kann X nochmal anklicken hier. Und es vibriert ziemlich stark. Was, wenn ich jetzt nochmal X drücke? Okay, Schluss mit den Knochenbrüdern. Ah, okay. Gut, ich dachte schon. Hups. Schau, wie ist das hier an? Was steht da? Brian Carter. Es interessiert jetzt, wer die sind und was die hier tun. Die sind tot und wir nicht. Und das soll auch so bleiben. Beeilst du dich bitte? Bitte. Boah, Alter. Halt mal die Fresse. Ich will sie alles anschauen. Die nervt richtig. Sieh mal der hier. Wie für ein Kind. Will ich nicht wissen. Hauen wir ab. Ich glaube, je länger ich hier bleib, desto schlimmer wird. Aber egal, egal. Ich will es anschauen. Ich habe ganz schön schwere Schlösser an denen sagen. Warum sind da Ketten und Schlösser? Gute Frage, gute Frage. Oh nein. Was ist los? Sieh nicht um... Oh mein Gott. Ich hasse Jumpscares. Alter. Oh, Junge. Natürlich hat nur er den Kopf gesehen. Natürlich. Ey, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ich will das nicht mehr spielen. Sie muss auch die ganze Zeit labern, oder? Oh Gott. Was ist das jetzt? Was macht denn so ein Geräusch? Äh, welches? Das ist so komisch. Die sehen Sachen, die die anderen eh nicht sehen. Ja, fass ihn an, du Idiot. Fass ihn an. Was ist das denn? Nein, lass das. Das ist doch eklig. Alter, Mann. Oh Gott. Weg hier. Einfach weg hier. Einfach nur weg hier. Holy shit. Oh, oh. Ich hab irgendwas... War es zu früh? Oh, das wird nicht annehmen. Irgendeinen Scheinung hab ich getroffen gerade. Ach nö. Ach nö. Ach nö. Wohin bringst du mich? Du glaubst, das sag ich dir. 2 Uhr 16 haben sie dort. 2 Uhr 16. Geil, Mann. Sag mir, wo wir hingehen, verdammt. Weißt du bestimmt selber nicht mal. Kann man da irgendwie durch? Nope, kann man nicht. Nach links. Alright. Oh, Mann. Da können wir was anschauen. Da. Wow, Fliss. Wow. Du weißt gar nicht, was du tust. Du warst doch bloß, was er dir sagt. Moment mal. Die laufen... ...ohne Schuhe da rum? Alter. Wenn die kein Fußbild bekommen, dann weiß ich auch nicht. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Stopp. Ja, jetzt hört er was, was sie aber nicht sehen kann. Ey, Junge. Ich hasse sowas. Durch die Tür da. Okay, Doki. Ich warte nur auf den nächsten Jumpscare hier. Okay, komm raus. Zeig dich. Wie ein Skelett oder sowas. Was ist das? Verdammt. Okay. Ach, er ist jetzt bemerkt, oder was? Genius. Sieh mal hier. NG Medan. Wieso hat sich Kurs wieder aktualisiert? Das Fliss fand eine Kapitänsmütze. Darauf stand ein Name mit G am Ende und danach Medan. Okay. Und jetzt? Ah, hier kann man zum Beispiel sehen. Die heftigsten Entscheidungen. Drei haben wir noch vor uns. Oh shit, oh shit. Okay, okay. Okay. Ich bin hyped. Das war das für ein Geräusch. Worüber redest du? Ich will jetzt kein Wort mehr hören. Und schon! Ah, mein Gott. So laut. Wirklich, ich bin ziemlich schreckhaft. Okay. Bitte, du musst das nicht tun. Kann man da irgendwas anschauen? No, kann man nicht. Oh Gott. Himmel! Oh Gott. Oh Gott. Der Typ. Der Typ ist bestimmt immer noch hier. Ich meine, du stirbst hier und dein Geist bleibt da. Ach was. Keine Ahnung, wovon du redest. Ihren Mann. Ja, komm. Gleich anschauen, die springen uns an. Na, weg, weg. Wo sind all deine Freunde? Ich hab keine Ahnung, was der Scheiß hier soll. Aber wir müssen weiter und Olson finden. Los! Uff, uff, okay. Oh, son! Na ja. Jetzt könnt ihr fehlen. Was war das? Habt ihr's grad gesehen? Da war ne Hand. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Hm. Wo, noch ein Bildrahmen? Hä? Hä, ich will's anschauen. Boah. Bastard. Okay. Gehen wir mal weiter. Oh, Mann. Wenn der nicht stirbt, dann weiß ich auch nicht. Was geht jetzt ab? Was zum Teufel? Was war das? Er wurde bestimmt irgendwie kontrolliert oder so durch so einen Fluch da jetzt kannst du mir anschauen Vielleicht kommt der Tod? Ach wir sollen wieder zurückgehen? Okay gehen wir mal zurück Da hinten ist diese Tür da und die haben wir schon mal im Bilderrahmen gesehen Vielleicht ist jetzt so eine Stelle die jetzt kommt, keine Ahnung, kann ich da irgendwas machen? Ah ne, doch, doch, doch Ah ne, okay, ist das Licht ausgegangen? Wieso ist alles so dunkel? Geil, ich seh nichts Ey, ich hasse sowas in solchen Spielen, dieses scheiß Dunkelheit, Kacke Okay, da gibt's keinen Weg Müsst du auch in die andere Richtung laufen Also ihr müsst wissen, ich seh fast gar nichts wegen den Beleuchtungen hier Deswegen ist es noch schwerer für mich, dir was anzuschauen Okay Gut, gut, dann gehen wir mal hier hin Hier ist eine Sackgasse, ne? Türen kann ich nicht aufmachen Jawohl Oh, oh Oh mein Gott, nice Weiter geht's Hallo? Ist da jemand? Oh ne, da geht's raus, okay Komm, erschreck mich, komm, erschreck mich, komm, erschreck mich Oh, sind wir jetzt wieder zurück? Nö Herunterlassen Muss man aber nicht, oder? Das ist eine Entscheidung Ich kann auch Ach, ich muss da hin Ich weiß nicht, da steht herunterlassen Wieso steht da herunterlassen und nicht einfach nur X? Ach, kann der Scheiß drauf kommen Es war eine entscheidungsversorgende Entscheidung Aber egal, komm Diesen Ort hier kennen wir doch Diesen Ort kennen wir doch Von ganz am Anfang, ne? Genau hier Hier liegen die immer noch tot, die Leichen Und da rechts sind die am Anfang durchgelaufen Hier durch Alter, schon krass Wenn jetzt jetzt dieser Name steht Was steht da, was steht da? Okay, doch nicht Charles T. Perrin Okay, Boston Ich dachte, da liegen jetzt die Leichen von Anfang an Oh Mann, oh Mann, okay Wow, das war gerade ruselig dort, hier Die Leiche Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Bis zum nächsten Mal.